Raba hat jede menge probleme du bist behindert moslem homosexuell weise gar nicht einfach mit all dem zurecht zu kommen rené hat nur probleme mit frauen dann haben sie das letzte mal gebumst dann war das sehen sie sie erinnern sich nicht mal mehr aber die lassen sich durchaus lösen auch wenn es nicht gleich beim allerersten mal klappt an easy rider dazu ich muss dir was sagen dass du dort getroffen